Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um TCP und zwar die Staukontrolle von TCP. Achtung, nicht Flusskontrolle, das ist was anderes, sondern es geht um Staukontrolle. Wir nehmen uns jetzt einfach mal einen vereinfachten Weg von einem Router, also das wäre zum Beispiel der Sender. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal nur einen Weg, der hinführt zum Empfänger. So, und das ist auch tatsächlich alles, das heißt wir beachten hier jetzt nicht, dass es irgendwie verschiedene Routen oder sowas gibt. Das ist alles IP-Bereich und das ist übrigens der Empfänger, sondern wir beachten nur folgendes Szenario. Wir haben hier einen Empfangspuffer, das hatten wir für die Flusskontrolle benötigt, das heißt damit der Empfänger nicht überlastet werden kann. Aber was könnte denn noch überlastet sein? Richtig, genau das Ding hier in der Mitte. Und dafür, da sind natürlich mehrere Schicht 3 Router zwischendrin, Schicht 2 ist zwischendrin, all dieses Zeugs, was überlastet werden kann. Das interessiert eigentlich Schicht 4 nicht wirklich, aber Schicht 4 möchte natürlich damit umgehen können. So, und jetzt haben wir folgendes Szenario. Wenn wir jetzt hier Daten reinschicken mit, sagen wir mal 100 Mbit pro Sekunde und ich lösche diese Leitung hier gerade mal und da kommen auch 100 Mbit pro Sekunde. Ah ja, das muss ich ja wieder mal hier andersrum schreiben, sonst geht alles flöten. 100 Mbit pro Sekunde, was wirklich nicht viel ist, ja. Also 100 Mbit ist eigentlich schon eher der Standard. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, der Router oder es existiert ein einziger Router hier zwischendrin, der halt nur 20 Megabit die Sekunde kann. In beide Richtungen, sagen wir jetzt einfach mal. Dann hätten wir insgesamt einen Router, der 40, nee, wir machen es anders. Wir sagen, der Router schafft 50 Megabit die Sekunde. Ihr erinnert euch an den Inline-Speed, den ich euch auf Schicht 3 gezeigt habe. Und wir sagen, jetzt der Router schafft 50 Megabit die Sekunde. Und er benutzt nur diese beiden Teilnehmer hier und behandelt die beiden auch gleich. Dann bedeutet das aber, dass hier nur 25 Megabit die Sekunde rauskommen. Aus der Seite hier, das heißt 25 Mbit pro Sekunde. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite genauso. Ich kopiere einfach mal den hier. So, auf der Seite hier. Okay, hier kommen auch nur 25 Mbit die Sekunde raus. Und was insgesamt passiert, sind 75% unseres Traffics, nämlich 75% hier. Von der linken Seite der Traffic, der reinkommt und 75% von der rechten Seite werden einfach komplett verworfen. Also weggeschmissen sozusagen, 75% von der rechten Seite. Ja, und was das bedeutet ist eigentlich, wir haben hier nicht irgendwie die Hälfte oder sowas an Durchsatz. Sondern wir haben extrem viel weniger. Denn wir nehmen ja hier, also wir haben hier oben gerade mal 25% kommen durch von den 100 Mbit, die hier rüberkommen. Das bedeutet, wir haben hier schon mal nur ein Viertel des Traffics bleibt übrig. Also 25% des Traffics kommt beim Empfänger auch an. Jetzt wird es aber nochmal schlimmer. Und zwar vom Empfänger an den Sender kommen auch gerade mal 25% an. Und jetzt nicht wie man denkt, haja, das ist ja dann immerhin noch ein Viertel, was ankommt. Nein, stimmt nicht. Von diesem Viertel, was hier ankommt, werden auch 25% der Quittungen verworfen. Das bedeutet insgesamt, bleiben 25% von 25% übrig, weil ja eben auch die Quittungen verworfen werden auf dem Rückweg. Und das ist alles andere als geil. Da bleiben insgesamt ein Sechzehntel, ich kann es leider nicht im Kopf, ein Sechzehntel der Pakete kommen noch durch. Und sind dann noch wirklich quittiert worden, sprich werden nicht vom Sender nochmal neu geschickt. Jetzt aber Vorsicht, wenn Quittungen nicht durchkommen, dann denkt der Sender, selbst wenn seine Dateneinheit hier angekommen ist, dass seine Daten nicht angekommen sind beim Empfänger. Und wenn er denkt, dass seine Daten nicht beim Empfänger angekommen sind, was macht er dann? Naja, er schickt die Dinger nochmal. Und was passiert, wenn er die Dinger nochmal schickt? Er überlastet die Leitung noch länger. Und wenn es dann noch vielleicht ein dritter Teilnehmer oder ein vierter Teilnehmer über diesen Router müssen, dann, also, nee. Okay, und deswegen ist es echt übel, wenn so ein Router komplett überlastet ist. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, was wir machen können. Wir, also, wir modellieren erstmal unsere Router innen drin mit so einer Staukontrolle. Staukontrolle bezieht sich jetzt also auf irgendwas auf dem Weg. Wir sagen, er hat hier einen gewissen Puffer und hier hat er einen gewissen Puffer. Das heißt, er kann vielleicht 100 Megabyte oder sowas zwischenspeichern auf jeder Seite. Zum Beispiel, also es ist wirklich nur ein Beispiel, das können in der Praxis wirklich komplett unterschiedliche Sachen sein. Und wenn diese 100 Megabyte hier voll sind, also egal welche Einheit, jetzt können auch Kilo oder Gigabyte sein. Und wenn wir jetzt hier annehmen, diese beiden Seiten sind voll und wir fangen dann erst an zu droppen, dann passiert genau dieses Szenario hier. Das heißt, wir lassen auch Quittungen fallen, wir lassen alles mögliche fallen. Es kommt kaum mehr Daten durch, also insgesamt wirklich nur noch ein Sechzehntel kommt durch. Das ist nicht die beste Idee und deswegen wäre es sinnvoll, uns um Staukontrolle zu kümmern, bevor der Stau tatsächlich eintrifft. Aber ihr erinnert euch, der Router sollte vielleicht nicht auch noch selber Daten schicken, denn ansonsten wird er ja noch mehr überlastet. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir jetzt diese Dateneinheiten hier möglichst oder wie wir den Router entlasten können und auch am Anfang rauskriegen. Ich meine, wir wissen ja am Anfang nicht, wie viel Last diese Leitung verträgt. Und deswegen, ja, müssen wir uns darum kümmern. Das nennt sich Staukontrolle, nur damit ich das mal schön illustriert habe, was wir jetzt in den kommenden Videos alles für Techniken kennenlernen. Das wird wahrscheinlich eines der großen Gebiete in TCP und ja, ich hoffe, ihr freut euch soweit drauf, habt auch verstanden, worauf es hinauslaufen soll. Falls ihr irgendwann's der folgenden Videos nicht versteht, dann denkt immer an dieses Video hier zurück und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!